Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns an, wie der Gigant Grayscale angefangen hat, innerhalb weniger Monate über eine Milliarde US-Dollar zu investieren und mit welcher Motivation sie das tun. Außerdem gucken wir uns an, warum es wahrscheinlich kein Bitcoin-Verbot in Amerika geben wird. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, wie Paypal das Thema Crypto-Trading über Paxos anbieten möchte. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um das Unternehmen Grayscale. Wir haben es alle mitbekommen, das institutionelle Interesse an den Bitcoin und an Kryptowährungen ist in den letzten Jahren immer stärker gewachsen. Wir haben es ja miterlebt, 2017 gab es eine gigantische Kursexplosion und die wurde vor allem durch private Anleger nach oben geschossen bzw. eben entsprechend positiv untermauert. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren ein wenig gewandelt, nachdem wir das All-Time-High 2017 von knapp 20.000 Euro bzw. Dollar pro Bitcoin gesehen haben. Seitdem ging es immer mehr in die Richtung, dass institutionelle Anleger entsprechende Produkte bekommen haben. Ob es eben entsprechende Custodialösungen sind, um die Kryptowährungen zu verwahren oder nun eben auch Dinge wie zum Beispiel ein Bitcoin-Trust. All diese Dinge sind nun eben dazugekommen, um den Menschen einfach Möglichkeiten zu bieten, in die entsprechenden digitalen Assets zu investieren. Sicherlich gibt es noch weitere sehr interessante Unternehmen, die sehr, sehr interessante Produkte gelauncht haben. Doch das erfolgreichste zum jetzigen Zeitpunkt ist der Bitcoin-Trust von Grayscale. Der es nun tatsächlich hinbekommen hat, im zweiten Quartal 2020 insgesamt 905 Millionen US-Dollar in den Bitcoin-Trust fließen zu lassen. Und das ist natürlich unglaublich viel Geld. Wenn man dann noch die Summe aus dem ersten Quartal dazu zählt, kommen wir auf eine unglaubliche Summe von 1,4 Milliarden US-Dollar, die also gesammelt und investiert worden sind. Das zeigt also ganz klar, wie groß eigentlich das institutionelle Interesse an dem Bitcoin und vor allem eben an diesem Bitcoin-Trust von Grayscale ist. Und dazu wurde auch folgendes gesagt. Zum ersten Mal überschritten die Zuflüsse in Grayscale-Produkte über einen Zeitraum von sechs Monaten die Schwelle von einer Milliarde Dollar und zeigen damit eine anhaltende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten trotz eines von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Hintergrundes. Und das ist definitiv so. Wir wissen ja, dass aufgrund der Pandemie sehr, sehr viel Unsicherheit hier durch die Reihen schwappt. Denn sehr, sehr viele haben Angst davor, dass eine anstehende Inflation eben Geld stehlen könnte, dass es eben nochmal einen Crash auf vielen verschiedenen Ebenen geben wird oder geben kann. Das sind Dinge und Szenarien, die sicherlich eintreffen können. Doch der Bitcoin ist glücklicherweise bis zu einem gewissen Grad jedenfalls in einer Sonderposition, eben aufgrund dessen, dass sie eben Digitalwährungen sind. Obwohl wir aber feststellen mussten, dass es eine stärkere Korrelation zu den Aktienmärkten gibt als ursprünglich angenommen. Das heißt also auch heute ist es nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, dass in dem Moment, wo die Aktienmärkte absinken und abfallen, dass eben auch der Bitcoin dann davon betroffen sein wird. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass immer mehr Menschen dem Bitcoin und dem Bitcoin-Trust von Grayscale vertrauen, dadurch, dass einfach immer mehr Kapital in diesen Markt geflossen ist. Und Grayscale konnte immerhin innerhalb von knapp sechs Monaten 1,4 Milliarden US-Dollar zusammensammeln, um diese in den Bitcoin-Trust zu investieren. Und das ist natürlich eine richtig starke Nummer. Außerdem muss man ganz klar sagen, dass sie das Thema Trust hier vorangetrieben haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Zusätzlich zu den Bitcoin-Trust haben sie eben auch den Ethereum-Trust initiiert und auch der Bitcoin-Cash-Trust und der entsprechende Litecoin-Trust. All diese Trust-Systeme, diese Assets, die haben die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Immer mehr Menschen haben sich nach diesen Produkten gesehnt und investieren nun feuchtfröhlich in diesen Bereich, um eben im besten Fall sehr, sehr gute Renditen da rausholen zu können. Sicherlich eine sehr interessante Möglichkeit, aber das ist eher was für Personen, die vielleicht entweder sehr, sehr viel Kapital haben und das verwaltet haben möchten oder eben für Personen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich haben. Denn ich persönlich halte es für deutlich sinnvoller, selber entsprechende Kryptowährungen sich zu beschaffen und diese dann über einen Code Storage zum Beispiel zu sichern, damit man also zu jeder Zeit die Kontrolle darüber hat und eben auch entscheiden kann, wann man die Kryptowährungen abstößt und wann nicht. Und ich glaube, das ist immer noch der sinnvollste Weg. Dafür muss man aber natürlich sein Wissen erweitern. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Man muss sich mit der Verwahrung auseinandersetzen, um eben auf Nummer sicher zu gehen, dass man alles richtig macht. Aber in dem Moment, wo man das eben macht und sich damit auseinandersetzt, dann wird das Wissen eben auch quasi von alleine kommen. Und am Ende ist man dann eben selbst dafür verantwortlich, was eigentlich mit den eigenen Kryptowährungen so passiert. Wie verfahrt ihr? Habt ihr Interesse an solch einem Bitcoin Trust und habt ihr vielleicht sogar schon investiert? Oder seid ihr doch eher in der Gruppe mit dabei, die einfach selber investieren und eben die eigenen Kryptowährungen in einem zum Beispiel Code Storage oder in einem Hardware Wallet eben entsprechend verwahren? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr euch grundsätzlich für das Thema Bitcoin und Kryptowährungen interessiert, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Zum einen ist das aus meiner Sicht das beste Hardware Wallet, was man sich aktuell organisieren kann. Und ein sehr, sehr spannendes Buch, was eigentlich für alle Bitcoin-Enthusiasten geeignet ist. Gucken wir uns das zweite Thema an. Hierbei geht es um das wohl mögliche Bitcoin-Verbot in Amerika, das aber wahrscheinlich kein Thema mehr ist. Hier hat der CEO von Grayscale sich zu geäußert, denn wir haben ja mitbekommen, dass sowohl Donald Trump als auch der US-Finanzminister häufiger darüber gesprochen haben, dass der Bitcoin verfolgt werden sollte, beziehungsweise die Personen, die den Bitcoin haben und entsprechend verwahren in gewisser Weise. Und dass eben auch der Bitcoin selber einen sehr, sehr spekulativen Charakter aufweist und dass man deswegen den Bitcoin regulieren müsste und eben auch im besten Fall verbieten müsste. All diese Dinge, die scheinen jetzt gerade immer weiter aus der Welt geschaffen worden zu sein, denn wir haben immer mehr politische Entscheidungsträger, die eben den Bitcoin unterstützen. Auf vielen verschiedenen Ebenen, ob es nun aus dem Repräsentantenhaus und so weiter ist oder beziehungsweise aus der politischen Ebene oder eben auch sehr, sehr große Unternehmer, die entsprechenden Einfluss darauf haben. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Fürsprecher. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch einige, die dagegen halten und sagen, ah, der Bitcoin, der ist Scam und alles Mögliche, wobei das natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall sieht man, dass sich hier auch das Verständnis vom Bitcoin deutlich wandelt, dass die Zeit eben auch dem Bitcoin in die Karte spielt, weil er eben sich weiterentwickeln kann und weil er natürlich auch immer mehr und näher an die Menschen herankommt. Und das ist natürlich eine super Sache, gerade als alternative Investitionsmöglichkeit und als Alternative zum Gold ist der Bitcoin sowieso schon in viele Köpfe vorgedrungen, sicherlich nicht in alle und es gibt sicherlich auch immer noch sehr, sehr viele Menschen, die von den Kryptowährungen noch gar nichts gehört haben und vor allem eben nicht wissen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das wird eben in den nächsten Jahren weiter aufbrechen, wenn eben die entsprechende Arbeit dafür geleistet wird. Und da freue ich mich persönlich ziemlich drauf, denn ich glaube immer noch langfristig daran, dass der Bitcoin deutlich bessere Ergebnisse erzielen kann. Gucken wir uns noch das letzte Thema an und hierbei geht es um Paypal und dass sie in Zukunft Crypto-Trading anbieten möchten. Wir haben ja schon mitbekommen, dass Paypal angekündigt hatte, in Zukunft an der Realisierung von einem Verkaufs- bzw. Kaufsystem von Kryptowährungen bzw. dem Bitcoin eben zu arbeiten. Nun scheint es so zu sein, dass sie in Zukunft mit dem Stablecoin-Betreiber Paxos zusammenarbeiten wollen. Hier gibt es weitere Berichte zu, die also diese These untermauern. Es soll wohl eine entsprechende Partnerschaft geben zwischen den beiden Unternehmen. Das Ganze wurde dann am 20. Juli berichtet, dass sie eben anfangen wollen, den Kryptowährungshandel über den Broker abzubilden. Ob es dann tatsächlich passiert und in welcher Art und Weise, vor allem welche Assets dann tatsächlich auch unterstützt werden, das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir haben weder von Paypal noch von Paxos gerade eine Stellungsnahme zu dem ganzen Thema. Auf jeden Fall sieht man, dass der Schritt in die Richtung Digitalisierung geht. Wir wissen ja auch, dass der Paypal-Gründer ein großer Freund von der Kryptowährung Bitcoin ist und dass es also nur noch eine Frage der Zeit ist, dass wir hier die Möglichkeit bekommen, beides miteinander zu verknüpfen. Fiat-Währungen über Paypal und eben auch Kryptowährungen über Paypal. Ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Außerdem bieten sie natürlich auch die Möglichkeit, an verschiedene APIs, also entsprechende Schnittstellen mit anzubinden an bestimmte Systeme. Sicherlich auch eine super interessante Sache, gerade für die ganzen Händler, die eben mit Kryptowährungen beziehungsweise mit Geld allgemein handhaben, zum Beispiel irgendwelche Shops, die eben auch ein entsprechend gutes Bezahlsystem beziehungsweise verschiedene Zahlungsanbieter einfach benötigen, um interessant und lukrativ im besten Fall für die meisten Kunden zu sein. Und wir sehen auf jeden Fall auch, dass sie immer weiter in die Richtung Digitalisierung gehen und sich eben auch mit dem Thema grundsätzlich auseinandersetzen, was auf jeden Fall absolut zielführend und zukunftsorientiert ist. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!